So, jetzt zünden wir endlich unser privates Silvesterfeuerwerk, hoffentlich fliegt das uns nicht alles um die Ohren, weil es eigentlich viel zu windig ist, aber wir zünden es trotzdem an die Waffe, das ist ja gar nicht so schlecht, schön ist das Pärbel, oder? Also mein liebes kleines Schatzilein und mein liebes kleines Bibi, ich wünsche dir und uns ein gesundes, tolles neues Jahr, ich freue mich sehr, dass du mich immer so erträgst und dass du mit mir das alles mitmachst und bin sehr, sehr dankbar für dich und das kleine Puppen. Ja, wir wünschen euch ein gutes neues frohes Jahr. Genau, alles Gute für euch, vielen Dank vor allem dafür, also für die unglaublich vielen Abonnenten und Zuschauer und alles. Und Spenden. Und Spenden und eigentlich für alles danke. Rückmeldungen. Ohne euch würden wir die Videos so nicht machen. Geschenke. Ja, Geschenke auch. Ohne euch würden wir die Videos so nicht machen. Das ist schon toll, wenn man, ja, ich heule jetzt nicht, es ist einfach der Wind, wir drehen die Augen. Es ist einfach, ja, toll, auch wenn man so ein bisschen eine Resonanz kriegt und auch ein positives Feedback bekommt. Auch Kritik ist interessant. Also ich musste bei den Kommentaren, die ich beantwortet habe, auch bei vielen, muss man gucken, dass man auf Kritik dann auch nicht so sehr pampig und kantig reagiert. Also man muss auch lernen, damit umzugehen, sag ich mal, und auch zu gucken, ist das vielleicht berechtigte Kritik und so weiter. Also ich bin mit dem Kanal auch ein Stück weit an mir selbst gewachsen und ich denke, das Bärbelchen auch. Ja. Wenn ich mal dran denke, wie die ersten Videos aussahen, da hatten wir gar nicht so richtig, wir hatten ein bisschen Angst vor der Kamera und so, ne, und ein bisschen zurückhalten. Und jetzt ist das alles schon ein bisschen locker geworden und geht flüssiger von der Hand. Die Kamera gehört quasi im Urlaub schon mit dazu. Ohne die macht der Urlaub gar keinen Spaß mehr, ne. Da fehlt was. Genau. Und solange wie das so ist, machen wir das auch weiter so, ne. Jawohl. Dann bis bald. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Nein. Nein. Also, tschüssi.